Hallo zurück in den Königreichen von Ecco aus dem obersten Stockwerk unseres Washington Monuments. Ja, das haben wir ja letzte Folge einigermaßen fertig gekriegt bis auf das Dach, das machen wir in dieser Folge. Und ich habe so ein paar Steine schon ausgepackt, damit ich, falls ich runtersegle, eigentlich wollte ich den Fahrschuh runter schicken, damit der dann auch unten ist, damit ich hier oben auch ein bisschen weitermachen kann, tralala. Aber, naja, ist alles ein bisschen anders gekommen, weil, wenn ich runtersegle, muss das noch lange nicht heißen, dass der Fahrstuhl doch tatsächlich unten angekommen ist, denn wenn sich der Karren irgendwo verklemmt, und das tut er gerne, dann bleibt der Fahrstuhl einfach stehen. So, jetzt setzen wir hier einfach mal das Dach drauf. Und ich möchte hier nicht unbedingt runtersegeln. Will ich nicht, brauche ich nicht. Hier kommt natürlich kein Vorsprung dran. Das hat das richtige Washington Monument auch nicht. Ich muss nur kurz, gerade, muss nur kurz, 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 muss ich gerade, ich muss gerade kurz reden. Ich muss nur gerade kurz überlegen, wie das nochmal ging, so ging das. Nein, geht nicht, ach man, da muss hier noch einer drauf. Dann ist es so auch nicht schlimm. Und gut, dass wir hier drauf stehen können. So, machen wir es dann einfach so. Geht das denn dann? Das geht, gut, alles klar. So, den müssen wir freilassen, weil wir sonst hier nicht mehr drauf kommen. Hat irgendwie eine andere Textur, ne? Das ist gerade ein bisschen scheppig. Finde ich nicht so schön. Dann nehmen wir vielleicht die untere Reihe nochmal ab. Und bauen wir stattdessen die normalen Blöcke dahin. Das ist nicht schön, dass die eine andere Textur haben. Ich meine, das ist auch nicht so schlimm, aber schon seltsam. Aber es würde halt nicht auffallen, wenn die Schrägen dann drauf sitzen. Hier ist auch noch eine. So, da war richtig. Ja, ja, da war richtig, war da richtig, da war richtig gut. Gut, 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 gut. So. So vielleicht, ja. Hoffe ich mal. Jetzt müssen wir gleich schon wieder runter. Um neue Blöcke zu holen. Vergleich mal welche. Und ich hoffe, dass die Blöcke auch ausreichen werden. Ich hoffe es inständig. Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich kann es aber auch nur hoffen. Ich habe wieder nicht ausgezählt. Und ehrlich gesagt, traue ich mich das auch gar nicht. Insgesamt werden wir wahrscheinlich genug Blöcke haben. Ich weiß noch nicht, ob wir auch genug Blöcke hier oben haben. So, ähm, möchte ich gerne, hallo, ich möchte das gerne da dran setzen. Danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Es wird nicht genauso aussehen wie beim, äh, originalen Washington Monument, äh, weil das Originale, das hat ja nun ein sehr, sehr viel spitzeres Dach. So kann man hier leider nicht bauen in Eko. Die, ähm, die Dach, die Dächer, die sehen immer halt irgendwie gleich aus. Jedenfalls mit dem Winkel. So, vielleicht, ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe ja. Ich hoffe, das geht alles so, wie ich mir das vorstelle. Sieht schon seltsam aus, aber auch irgendwie wieder toll. Gefällt mir. So. Oh mein Gott. Also hier, komischerweise habe ich gar keine Höhenangst. Hier oben drauf auf dem Dach, was ich auch wieder sehr, sehr seltsam finde. Gerade ich mit meiner in-game Höhenangst. Aber ich bin ja da nicht ganz alleine. Was das betrifft. Oder was diese betrifft. Ähm. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verhebelt hier. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich bauen soll. Ähm. So. So vielleicht. Mein Gott, ich weiß es gerade überhaupt nicht. Ähm. Ich hole nochmal. Äh. Mein Gott, das wäre fast zu spät gewesen. Ich schnappe mir die Blöcke mal jetzt hier. Äh. Äh. Da wackeln mir echt die Beine. Ähm. Und die Knie. Wir nehmen nochmal 40 Blöcke. Ich hoffe, dass 40 jetzt. Hallo. Ich hoffe, dass 40 ausreichen werden. Warum komme ich denn da nicht hoch? Achso. Weil ich blöd bin. Weil ich scheiße springe. So. Dann wollen wir mal hier weitermachen. Ähm. Oh. Äh. Ja. Stelle ich gerade ganz entsetzt fest. Dass ich ja sonst gar nicht hier irgendwie. Und so, ne. Ähm. So. Ne. Das sieht doch. Das sieht gerade nicht richtig aus. Was? So. 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 Könnte vielleicht so irgendwie klappen. Ähm. Oh mein Gott. Und ich habe immer wieder Angst, wenn ich hier runterknalle. Dass ich hier runterknalle. So. Dann haben wir. Da. Haben wir da. Ist das richtig? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Ist richtig. Ist der auch richtig? Nein. Nicht so ganz. Hier müsste eigentlich noch einer dran. Aber. Oder muss der da dran? Ne. Gar nicht. Das ist schon richtig. Das ist schon die Mitte. Okay. Cool. Sehr geil. Dann können wir hier jetzt. Zumachen. Ach. Papapapapapa. Ähm. Und zwar mit. Nein. Wir machen erstmal die Dächer drauf. Erstmal machen wir diese. Die Dächerdinger drauf. Die Dachdinger. So. Ähm. Mein Gott. Das ist so ein bisschen frickelig, Mann. Ähm. So. Ich hoffe, das passt auch alles. Oh mein Gott. Ähm. So. So. Ich hoffe, das ist auch richtig. Ich hoffe, es ist alles richtig. Ich habe keine Ahnung, ob das alles richtig ist. Ich kann es nur hoffen. Ich kann es nur hoffen. Da musste ich mich mal ganz kurz ausmuten. Es hat sich wieder ein Hüsterchen angeschlichen. Ähm. So. Dann. Den. Wir machen gleich einen Rundflug. Wir machen gleich einen Rundflug. Das machen wir mit dem Konsolenbeweg. Ähm. Allein damit ich sehe, ob das auch alles so passt. Ob das alles so passig ist, wie es passen soll. Ich glaube aber fast nicht. Deswegen. Setzen wir vielleicht hier auch nochmal. Da und da noch einen hin. Und jetzt müsste es eigentlich passen. Jetzt haben wir überall so ein. So ein. Gib mir das mal. Jetzt haben wir überall diese. Och Mann. Da unten haben wir diese Steine in der Fresse. Ähm. Jetzt haben wir überall diesen Kranz da drumherum. Das ist gut. Und ich hoffe, obendrauf passt es auch. Dann wollen wir mal nach unten fahren. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Ich bin echt mächtig gespannt. Ja, ich habe mir den Bau des Washington Monuments etwas leichter vorgestellt. Schön, wie sich das alles bewegt hier. Finde ich toll. Ähm. Aber, wie es meistens so ist, ist es dann doch um einiges komplizierter, wenn man es tatsächlich dann in Angriff nimmt. Aber das ist auch gerade die Herausforderung, wie ich finde. Und das macht auch sehr viel Spaß, sich so einer Herausforderung zu stellen. Jetzt bleiben wir bestimmt wieder stecken. Natürlich. Wir fahren wieder rückwärts raus. Na, nur los, 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 los. Willst du nicht? Da ist doch nichts. Junge. Schieb raus. So. Gut. Gut, 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 gut. Ja, hier. Stockpile ist leer. Habe ich alles in den Wagen reingeballert. Ähm. So. Und das ist übrigens der Wagen aus unserem Biergarten. Boah. Ach ja, und der Asteroid und der Mond, die sind um einiges näher, wenn wir dort oben drauf sind. Ähm. Wir müssen natürlich da oben noch Scheiben reinbauen. Das können wir aber ohne den Bollerwagen machen. Ich wollte da ursprünglich eigentlich nur zweier reinhaben. Da in der Mitte reicht es, aber ganz oben, da sieht man sonst gar nichts. Und ich sehe gerade, dass da irgendwas nicht passt. Aber jetzt machen wir es einfach mal. Wir nutzen mal kurz einen Konsolbefehl. Ich will mir das zumindest mal von draußen angucken. Denn sonst sieht man das alles nicht. So. Oh je. Oh je. Oh je. Okay, die zwei Blöcke sind einfach nur zu viel. Darf ich die jetzt mal abhauen? Das wäre echt toll. Darf ich, darf ich, darf ich? Ich frage gar nicht. Ich mache das einfach. Eins. Äh, äh, äh. Zwei. Oh, es sind sogar drei Blöcke. Drei. Hä, vier sogar. Vier. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Du auch nicht. So. So. So, so. Ach ne, so, so. Und wieder. So. Gut, alles klar. Hm. Gut, das Dach. Das hat ja fast perfekt geklappt. Aber weil es so kompliziert ist, hier wieder hoch zu kommen. Nämlich von ganz unten eigentlich sogar fast unmöglich. Ähm. Ja, deswegen hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis ich mich wieder reingesetzt habe. Deswegen hatte ich auch die Seiten schon zugemacht. Schon mal so weit alles hochgebaut. Bla, bla, bla und so weiter. Ich bin halt immer wieder heruntergefallen. Und das war mir irgendwann zuwider. Ähm. Und. Deshalb habe ich einfach die Seiten dann schon mal zugemacht. Damit ich euch das in der Aufnahme dann nicht antun muss. Wie ich da und hier vom Dach runter segle. Also ich finde die Aussicht super. Guck mal, da ist da schon der Mond. Fast schon auf einer Höhe. Finde ich hochinteressant. Wo ist der? Der ist jetzt weg. Der Gute ist jetzt weg. Der Meteor. Ob er nochmal kommt jetzt. Weiß ich jetzt nicht. Hm. Ich glaube fast nicht. Aber na, schauen wir mal. Also die Aussicht ist wirklich grandios. Auf jeden Fall sieht man von da aus. Jetzt bin ich runtergefallen. Wie so oft. Man sieht von da oben aus halt nur noch Himmel und Wolken. Und. Und. Aber nichts mehr von unserem Dorf. Gar nichts. Und deshalb würde ich dort oben das Washington Monument etwas verändern wollen. Dass man wenigstens ein bisschen was sieht. Ähm. Ja. Meine Güte. War eine schweinemäßige Arbeit. Hat lange gedauert um die ganzen Blöcke zu craften. Ähm. Jetzt brauchen wir noch Türen. Türen. Was für Türen nehmen wir denn da mal? Betontüren. Gibt es Betontüren? Also diese Stahlbetontüren. Gibt es die schon hier? Weiß jetzt nicht. Es gibt Steintüren. Das weiß ich aber. Ich glaube es sind die aus normalen Steinen. Wir gucken mal. Da fahren wir jetzt mit dem LKW hin. Und ja. Ich gucke mir das gleich auch außer Entfernung ein bisschen an. Nämlich von hier. Äh. Äh. Oh. Wow. Das sieht man gar nicht. Das Dach. Das sieht man gar nicht. Oh mein Gott. Das sieht man gar nicht. Das Dach. Mano. Hm. Oh Mann. Das ist jetzt. Das ist ja nicht fair. Ich möchte das Dach auch sehen. Hm. Na gut. Aber wir wissen. Es ist eins drauf. Und es ist kein Flachdach. Ich weiß auch gar nicht wie hoch das jetzt ist. Also ich habe nicht mitgezählt. Ich weiß nur dass ich es um 40 Blöcke erhöht habe. Warum ausgerechnet um 40 Blöcke? Weil 40 Blöcke unsere Stack Einheit ist, die wir tragen können. Und ähm. Also das ist unsere Stack Größe, die wir tragen können. Und deshalb waren es 40 Blöcke. Dann ist es einfacher zu rechnen, wie viele ich denn machen muss. Aber es waren wirklich saumäßig viele. Viele Blöcke stecken in dem Washington Monument. Es sind über 1000. Es sind tatsächlich über 1000 Blöcke. Ich habe hier bestimmt fast 12 Stunden dran rumgebraten. Ich habe ja zwischen den Folgen habe ich ja auch schon gebraten und gebacken und gemacht und getan. Dafür war ich auch schon wieder in der Mine und habe da hinten auch ein Stockball schon leer gemacht. Das andere wollte ich noch nicht leer machen. Weil ich weiß noch nicht, was wir noch so altes Schönes bauen. Und deshalb wollte ich das Stockball da noch stehen lassen. Unten in der Straßenmeisterei. Da sind auch keine Blöcke mehr. Die habe ich da auch schon alle rausgebobelt. Steintür. Hm. Das ist ein normaler Stein. Wir versuchen mal, oder? Meine, mehr als nicht aussehen kann es ja nicht. 22 Minuten 24. Das dauert mir zu lange. 1 Minuten 12. Das ist okay. Steintür. Nicht Steintor. Steintür. Steintor ist was anderes. So. 2. So. Klapp, 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 klapp. Toll. Dann haben wir es ja auch schon fertig. Ach ja. Ich meine, trotz, dass ich jetzt da oben drei Ziegelblöcke abgeklappert habe mit einem Konsolenbefehl. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, dass ich das, dass ich für diese drei Blöcke da nicht wieder so eine Betonwand gebaut habe. Nur um da hochzukommen, um drei Blöcke abzubauen. Das wäre extrem, das wäre extrem doof gewesen. Und ähm. Der Baum schimmert der jetzt wieder blau. Er, die ganze Zeit sah er grau aus. Jetzt schimmert er wieder hellblau. Oh Mann. Na, wir schieben es einfach auf die Laterne. Wir schieben es auf die Laterne, die davor steht. Die strahlt halt blaues Licht aus. So. Das ist jetzt so. Lege ich jetzt einfach so fest. Okay, ähm. Dann wollen wir mal gucken. Ja, sind ja schon fast fertig. Zwei Töne sind bestimmt schon fertig. Ja. Träumchen. Ich weiß noch nicht, wie die aussehen. Ich hoffe, die sehen aus. Ich hoffe wirklich, dass die gut aussehen. So. Na los. Hallo. Jetzt auch fertig. Gut. Sehr gut. Ähm. Dann können wir noch ein bisschen Lampenkram noch in Auftrag geben. Aber ich weiß noch nicht, welche Lampen ich da rein haben will. Weil es hier auch so, auch verschiedene Lampen gibt. Aber ich glaube, es wäre sinnvoll, ähm, strombetriebene Lampen dort reinzubauen. Weil Strom haben wir hier schon einigermaßen, ähm, also wir haben schon ganz gutes Stromnetz hier. Und das brauchen wir wenigstens nicht dauernd auffüllen. So, mal gucken, ob ich gleich wieder fliege. Nein, ausnahmsweise nicht. Oh, Gott sei Dank. Dafür bleibe ich immer hier an der Mauer hängen. Ähm, ja. Wollen wir mal gucken. Habe ich noch irgendwas aus dem, aus dem letzten Update vergessen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, alles gezeigt. Das ist aus dem Modpack. Äh, das auch. Ähm, Dynamit ist auch Modpack. Das habe ich auch schon gezeigt. Radiator ist, kam dazu. Das wird, der wird hier unten gebaut. Aber diese Platten werden oben gebaut. Die habe ich ja schon gezeigt, die neuen, äh, Werktische. Da habe ich eine extra Folge für gemacht. Für die ganzen neuen Werktische. Hier ist alles beim Alten geblieben. Gucken wir mal hier. Ähm, Modpack. Das ist ein normaler Computerlabor. Modpack. Das gehört dazu. Forcefield ist Modpack. Lightbulb. Ich glaube, das ist auch Modpack, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Zum Pool sieht nicht so aus, aber, ja, ich weiß es nicht. Projektor und Projektor-Screen. Ist beides Modpack. Die haben wir ganz oben stehen. Das sind diese mit den Armen. Da haben wir was auf dem Dach von stehen. Anschauts-Battery ist Modpack. Äh, dann gucken wir nochmal in die anderen rein. Ich weiß nicht, so eine normale... Ne, würde auch nicht gehen. Wir brauchen keine Glühbirne, die irgendwo auf dem Boden steht. Wir müssen Beleuchtungseinheiten haben, die an den Wänden hängen. Hm. Es ist ja so, dass wir tatsächlich solche Beleuchtungen auch haben. Nur leider erfordern die den Bau auf soliden Untergrund. Und ich weiß nicht, warum das für Wandlampen so wichtig ist, dass die auf soliden Untergrund gebaut sind. Keine Ahnung, auf dem Fußbrunnen funktionieren sie, an der Wand nicht. So, das sind ja diese neuen vier Werkbänke, die wir hier haben. Die habe ich ja schon gezeigt, was wir daran machen können. Habe ich? Ja, hier kann man nur Iron Plates machen. Also Stahlplatten, äh Metallplatten, Eisenplatten. Ähm, hier ist nichts. Ähm, ja, das kennen wir schon alles. Das ist die, äh, Schraubpresse. Das ist das Ding hier nebenan. Shaper, der steht da hinten. Der Lace, der steht da hinten. Assembly Line steht ganz oben. Das ist dieser riesengroße, fette Ding. Äh, Boiler haben wir schon im Trecker drin. Hm. Gucken wir hier mal. Iron Excellence Crews. Nein, ist auch nichts. Und hier, wenn ich jetzt hier sehr gestellt, gut, dann haben wir hier alles durch. Ich gucke trotzdem nochmal alles nach, ob ich auch schon alles gezeigt habe. Und sonst kommt das nämlich in der nächsten Folge dann. Denn unser schöner, unser schönes Washington Monument ist ja nun fertig. Das, ähm, hatten wir. Den haben wir schon in zweifacher Ausführung. Die habe ich euch schon gezeigt. Ne, die nicht, die auch nicht, aber die dreifache davon. Ähm, Bagger kennt ihr schon. Floorlamp ist ein Modpack. Laboratorium gehört zum Standardspiel dazu. Das war schon drin. Äh, Laser war drin, das kennt ihr ja. Ähm, Kühlschrank. Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Ich glaube, Kühlschrank ist Modpack, oder? Na, ich weiß jetzt nicht. Kühlschrank, ähm, auf jeden Fall kam der nicht mehr im Update. Ähm, Skiz-Tier haben wir auch schon mehrere gebaut. Steel-Sealing-Light, zwei Stück. Modpack, Straßenlaterne, das ist die normale Straßenlaterne, glaube ich. Ach nee, das ist doch nicht, das ist die dreifache. Das ist die dreifache Victorianische Lampe. LKW, damit fahren wir schon seit Folgen rum. Und die Waschmaschine kennen wir auch schon. Gut, ähm, dann mal weiter. Hier zur fetten Assembly-Line, alter. Framed Last Door. Ja, die konnte man vorher in der Fabrik bauen. Haben wir zwar noch nicht gesehen, haben wir aber schon ein paar Stück da. Glaube ich jedenfalls. Hm, ich hoffe. Steam Truck, da haben wir schon ausprobiert. Den Harfester dazu, den Pluff, den Sour. Haben wir alles schon gemacht. Ach, den Steam Truck, den können wir noch machen. Den kann ich euch noch mal zeigen. Boden Elevator hatten wir jetzt schon in den letzten paar Folgen. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, kommt in der nächsten Folge der Steam Truck. Nicht wahr? Wahrscheinlich auch in doppelter Ausführung. Einer für Thorsten, einer für mich. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Echo. Es ist mal wieder soweit. 20 Minuten sind vorbei. Auch, hier können wir auch noch mal reingucken. Wenn wir schon mal da sind. Bellblech und Flachstall ist normal hier drin. Das ist alles Modpack, Modpack, Modpack. Außer das, das ist auch drin. Oder ist das drin? Tilted Cars? Ja, ich glaube ja. Ich glaube, Tilted Cars gehören dazu. Ansonsten gehören sie auch zum Modpack. So, dann haben wir sonst das Update durch. Dann in der nächsten Folge der Steam Truck. Oh, von mir sieht man ein bisschen das Dach. Ach, wie toll. Wie geil. Tschüss.